Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Stirbt, Zombie! Da ist ja da wo die Tankstelle ist, wo wir übernachtet hatten. Ob wir da nach rechts, nach links, nach oben oder... Da war ich noch gar nicht so weit rüber. Nee. Gut. Und der Mond geht unter. So, dann hol ich mir noch schnell was zu Essen, Dann mache ich mich jetzt noch voll mit Sachen, die wir hier liegen haben, damit ich nicht meine Probiant ankratzen muss. Also, dann würde ich sagen, gehen wir los. Oder wollen wir da jetzt da hinten hin oder hast du eine bessere Idee, Atenchi? Oder wollen wir einfach mal dahin gehen, wo wir überhaupt noch nicht waren, nämlich nach Süden? Ja, für Süden. Also hier nach unten weiter, oder wie? Ja, da ist nämlich auch eine relativ große Kreuzung hier an der Straße dann. Boah, ist es dunkel noch. Ich nehme mal Tenchi als Tracking, so. Ach nein, wie getracken muss ich auch mal noch jemanden. Ich mache mal den Muadib. Da hat jeder getrackt irgendwie. Genau, dann lassen wir unser Haus hier einfach mal ein bisschen zurück. So schön. Dann kommen wir wieder, dann kommt eine Welle und es ist nicht wieder da. Die Sonne geht auf. Ja. Wunderschön. Ja, ich glaube, hier sind wir ganz cool. Da vorne gibt es dann eben noch die... Wie bewaffnet wir sind, ey, total. Die Kreuzung. Aber wir sind keine Zombies, was ist denn los? Oh nein, ich sehe ein Airdrop. Ein was? Ich habe die ausgeschalten, aber es kann noch nicht übernommen haben. Das kann natürlich sein. Das ist ein Alter, der noch rumliegt. Oh, das ist ein Alter, genau. Oh, die Sonne, das sieht so schön aus, wie die aufgeht. Das ist so herrlich. Oh, ich freue mich auf unseren Wandertrip. Ein bisschen wandern gehen. Schöne Gegend genießen. Was haben wir hier, schönes Drillen? So, jetzt haben wir die große Kreuzung. Was machen wir? Wo gehen wir hin? Weiter Süden, würde ich sagen, oder? Richtung Airdrop und weiter. Das wäre mein Vorschlag, weil... Komplett. Ja, gehen wir einfach mal Richtung Airdrop. Ist richtig. Ja, ist echt schön hier, der Wandersimulator. Wandersimulator. Da gibt es wirklich so ein Ding, ne? So ein Spiel gab es wirklich. So ein Wandersimulator. Da läufst du durch den Park. Mehr ist das nicht. Einfach nur durch den Park wandern. Es gibt für jeden Mist einen Simulator. Ja, es gibt ja... Es gibt ja auch den... Wie hieß er? Was Krogg gespielt hat. Toretten, oder? Fenstersimulator. Fensterwaschsimulator. Dann machst du die ganze Zeit nur Fenstersauber. Oder Toilettensimulator. Gab es ja auch. Oder weil ich nicht mehr stinke, dann locken wir die Zombies nicht mehr an. Ich weiß da auch nicht. Und was ist für nichts drin? Nee, das hat damit nichts zu tun. Oh, oh. Ich habe es nicht rausgenommen. Eine Lampration. Iron Leg Armor. Habe ich die bekommen? Ich glaube nicht. Ja, du hast alles... Du hast alles mit nichts. Was? Ich habe nicht alles. Ich habe es bekommen. Du hast die Bücher. Da doch. Iron in Armor? Iron Leak. Also Leg. Leg heißt das, ne? Ja, Hosen. Geil. Eisenhosen. Ich habe... Hier, komm her. Ich habe Eisen dabei. Dann bau uns jetzt mal bitte drei Hosen. Och. Muss das sein? Hier unten. Da. Da liegt irgendwo. Na, ob das reicht also? Ich weiß ja nicht. Ja, du musst das ja erstmal ins Inventar legen und da die Platten rausmachen. Was ist das denn hier? Noch mehr. Ich habe auch noch mehr. Da brauche ich Leder für. Ist das Leder? Das sieht glaube ich aus wie Leder. Für die Iron Boots? Äh, äh, Hosen. Ja, da brauchen wir nochmal Leder. Für die Rüstung brauchen wir auch Leder. Ja, dann gebe ich dir das Eisen erstmal wieder. Dann gib mir das nochmal wieder. Äh, was ist jetzt los? Was ist denn los? Achso. Du hast dich nicht voll gemacht, bevor du los bist? Hab ich vergessen. Ah, jetzt gehst du nämlich an Proviant. So, wo ist denn der Reik? Der ist schon mal da ganz vorne und wurde zuvor gerannt. Aber ich habe ja gerade Lamm gefunden. Kein Zombie im... Doch. Hier sind welche. Ja, Zombies! Ey, es ist vielleicht jetzt schon vier Folgen vergangen und wir haben noch nicht ein Zombie gesehen. Das gibt es ja gar nicht. Alter, die Lamm-Ratio, die hat mich mit einem Schlag halb voll gemacht. Das finde ich gut. Ja, die sollte schon ein bisschen mehr bringen, weil die kann man ja nicht produzieren. Die kann man ja bis hinten. Da ist ein Zombie. Geil. Endlich sind die wieder Zombies da. Bude, Bude, ich will auch mal sehen. Oh, da ist einer. Äh, drauf. Da sind noch mehr. Und da kommt ein Spider. Ne, Quatsch, das ist ein Cheerleader-Zombie. Bäm. Es hat ja ein Leckeres dabei. Ihhh, vergammeltes Brot. Bäm. Oh, Holzplanken. Hä? Die haben Holzplanken dabei? Und Öl. Ich nehme mal Öl mit. Ich weiß nicht, wofür wir es brauchen. Äh, doch für Waffen. TNT war das, ne? Ne, Öl brauchen wir für Waffen. Okay. So, um zu reparieren. Weapon ungefähr. Ah, okay, ich verstehe. Da lobe ich mir mein Messer. Aber wir haben die Zombies wirklich ein bisschen schwerer eingestellt. Die sind auf jeden Fall schwerer. Ähm, man merkt es wahrscheinlich nicht, wenn sie einzeln kommen. Aha, aha, ich verstehe. Die halten genauso viel aus wie vorher. Aber die machen mehr Schaden. Das, wenn man getroffen wird, wird man es merken. Tauen wir mal noch so ein, so ein, äh, Dings rein. Der war da gerade, ach so, hast du abgeschossen von Weichern. Der ist schon tot. Vor uns wieder. Ja. Ach, der Tenshi, der ist so ein Müllkram. Müll, bitte mal. Äh, alter. Äh, alter. Äh, alter. Äh, alter. Ich, 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 ich durchsuche Müll, ich durchsuche Müll. Ich durchsuche Müll. Na, den Müll nehme ich gar nicht erstmal mit, weil das ist einfach zu viel Platz jetzt im Moment. Wenn wir jetzt auch keine Stadt finden. Nehmen wir auch nur ein bisschen was mit Federn zum Beispiel. Unterwegs mal ein paar neue Bolzen bauen, ist vielleicht nicht so verkehrt. Ja, getroffen haben wir, aber... Warum knalltet die eigentlich ab die ganze Zeit? Die sind doch total, äh, harmlos. Einfach mal wieder Zombies schießen. Ey, gibt's ja gar nicht hier. Was heißt? Richtig, ja, der in dem nicht. So, wie sieht's überhaupt aus auf der Map? Ähm, langer Strich. Loy. Ich hab gerade was Neues gefunden, das kenne ich ja noch gar nicht. Old Jam Sandwich. Hast du das schon mal gesehen? Das ist ein neuerer... Ach nee, Sham. Sham ist doch Katzenfutter. Nee, Sham war dieses, dieses... So, hier. Hab ich noch nie gesehen, das muss neu sein. Jetzt stinkt der Tenchi gleich wieder. Jetzt würde ich's nicht, aber das ist neu, oder? Oh ja, das ist echt... Das macht sogar Fullness. Aber, äh, freu ich's nicht. Ich hab grad... Was hast du dabei? Ich hab grad einen Hirsch geschlachtet. Nein, lass das. Oh, ich hab Animal Hide. Wie konnte man das jetzt so Leder machen? Ähm. Ähm... Ich hab das überhaupt. Ähm... Gib doch mal Leder ein, oder Leather. Ja, hier aber jetzt schon ne ganze Menge mehr Zombies. Da kommen jetzt so nach und nach immer ein paar raus hier. Oh, ich glaub, ich werd gleich sterben. Schnell weg hier. Ach man! Arsch. Ich bin... Sorry. Na gut, ich schmeiß das mal weg. Das war... Kommen sie von allen Seiten hier gerade? Ja. Hehehehe. Das war meiner. Der Hunter gepaart mit, äh... Daisy. Und Minecraft. Die dicken... Von Minecraft hat das eigentlich fast gar nix. Boah, von hier hinten hab ich ne abgeknallt, Old Bull. Muhaha. Was für ein Schuss. Was? Du sollst doch nicht von der... Die Leute knallen. Der abknallt. Ballistik für den Arsch. Da, der... Ja, ist aber echt. Das wär noch so ein Ding, was hier echt noch rein muss. Du Sack! Ich wusste... Wollte auch mal vor der Nase wegschießen. Das war meiner. Meiner war zuerst da. Ich hab eher geschossen als du. Also, muss doch meiner da eher gewesen sein. Ein Hase! Meiner. Hä, wo ist der Hase hin? Da ist der Hase. Der ist immer noch da. Nein, ich hab vorbeigeschossen. Der hast du getroffen. Was? Wie sieht's denn jetzt aus? Wir sind... Wir sind... Wir sind... Wir sind... Hier an einer Straße, dann bitte, dass man nutzt zum Trinken... Äh, am Wasser... Dann schon mal Wasser trinken. Hier. Ähm, was machst du denn da unten? Wie, ich soll Wasser trinken? Warum soll ich denn das... Ja, direkt aus dem Loch. Das ist das ekelige Wasser, das ist doch verseucht. Na und, dann kannst du ja einen Tee hinterher trinken, wenn du verseucht bist. Oh, ich hab Durchfall. Na toll. Jetzt trinke ich einen Tee hinterher und schon haben wir gespart. Hä, wieso spart man denn dann Tee? Der ist doch Tee doch trotzdem weg. Nee, nicht... Ja, einen Tee schon. Aber wenn du komplett leer bist, oder fast komplett leer bist, dann trinkst du halt 30 Mal aus dem Zeugs, bist voll, hast Durchfall und trinkst einen Tee und Durchfall ist weg. Aber der Tee ist doch generell trotzdem... Ist der nicht ein Hauf? Ja, aber du brauchst trotzdem zwei Tees zum Erfüllen. Na gut. So, jetzt hab ich halt einen Tee gespart. So, wie sieht's aus? Also, ich hoffe mal, dass hier irgendwann mal ein bisschen was kommt, was... Oh, davon ist ein Schwein. Ein Spiderschwein. Ich bin ready. Ich hab mir den Tee gewollt davon. Ja, ist schon. Ich hab vorhin mein Fleisch weggeschmissen, weil ich dachte, wenn ich stinke, das mögt ihr nicht. Ich dachte jetzt, du hast das dabei, da können wir auch das Schwein noch abschließen. Da kannst du das auch noch nehmen. Ja, aber dann kann ich da hinten den Hirsch jetzt noch abknallen. Dann nimm mal einfach mit, weil wir... Sonst hätten wir aber das Eisen für den Rost nicht mitnehmen müssen. So, ich hab noch den Hirsch da erlegt. Ja. Weil so ein bisschen stinken können wir auf jeden Fall auch mal. Das ist manchmal schon ganz angenehm. Geh mal weg. Wo ist der Hirsch jetzt hin? Ja, im Wasser. Davon ist auch noch... Jetzt konnte ich nicht mehr. Der war dann weg. Und wir haben leckeres Fleisch und Animal. Ich nimm mal das, äh... Das Spieltwort, oder? Piggypick mit. Äh, das Knochenzeugs lass ich da. Den lass ich drin. Das Wandern ist des Tenshis Lust. Das Wandern... Das muss ein schlechter Tenshi sein, dem jemals viel das Wandern... Alter, dass du den Text kannst. Das war dann... Interessant. Aua, nein, der hat mich erwischt. Das haben wir in der Schule gelernt. Was, so ein Mist hast du noch in der Schule gelernt. Das haben wir noch in der Schule gelernt. Krass, da ist ja noch ein leckeres Hirsch. Den werde ich ausnehmen. Das ist ja schön. Na ja, machen wir das halt so, dass nur einer stinkt. Oder, äh, wir... Kochen alles und lass es im Feuer und nimmst dann da raus. Ich stinke, ich stinke. Ja, ich stink auch. Da kommen sie jetzt aber auch alle, ne? Hier ist noch ein Bag. Oh, der stinkt. Links wie ein Hirsch. Was? Was bist du denn hier? Der Mucki ist ein Mucki-Kombi. Nein, so dreht er sich auf einmal um. Das ist Mucki-Klaus. Ja, das ist ein Hirsch. Da hast du schon wieder... Ah. Gibt's gerade Licht. Jetzt stinken wir alle gleich, ey. Ja. Und deswegen ist es ein Party? Ähm, wir sollten uns vielleicht auch mal ein kleines bisschen umschauen, ab, ab, äh, fernab von der Straße. Einfach mal so quer reinlaufen. Mal kurz schauen, wo wir langgelaufen sind. Guckt euch den Weg an. Wobei... Ah. Krass. Wir haben echt viel gelaufen, ne? Wir sind echt viel gelaufen schon. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Und wir haben es gerade mal um elf. Nase! Also zu viel Action mehr ist hier nicht. Der einzige Action, die ist, äh, das sind wir selber. Ein Hirsch. Ein Hirsch? Ja, nur ein Hirsch. Ach, jetzt habe ich wieder den Scrap mitgenommen. Ein toter Hirsch. Aber ich will endlich mal nicht stattfinden, verdammt. Wo ist denn der Hirsch jetzt gefallen? Da ist er. Lecker! Das müsste sich, äh, das müsste sich irgendwie... Addieren, das müsste sich addieren, das ganze Gestank. Ja, meinst du, dass du es dann so, so Ultra-Gestank hast? Oder irgendwann kriegst du ihn dann auch nicht mehr weg? Der musste dann echt waschen. Weil du so vollgeschwabbert bist. Was? Die haben voll vorbeigeschossen, alle, beide. Das gibt's ja gar nicht. Aber beide. Nein, der war gut. Ja, wir sollten vielleicht nicht alle Bolzen verdonnern. Na gut, 123 haben wir noch. Ach, Schulker, du hast da ein Geschwür am Bauch. Ich habe bloß noch 63 Bolzen. Aber ich habe hier noch mein Jagdmesser dabei. Ja, okay. Kommen die schweren Waffen dann. Sterb, Zombie! Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, äh, aktuell von der Weltgenerierung. Ja, die ist noch nicht so... Ja, wo man sich generiert ja ganz gut. Oh, rechts ist ja hier. Man muss ja halt ein bisschen suchen, bis man was findet. Ja, es wäre schön, wenn du ab und zu mal eine Zivilisation findest. Ja, das ist ja... Also, wenn so ein kleines Dürfchen wäre. Oder irgendwas. Vor allem, wir laufen ja auf der Straße, ne? Und Straße heißt ja, da kommt irgendwann mal was. Ja, irgendwann. Das ist halt eine große Map, ne? Die Welt ist groß. Dann läuft man mal ein paar Stunden, bis man... Scheinbar. Aber das ist so komplett, äh... Ah, Haus! Ich habe ein Haus! Was? Du hast ein Haus? Ich sehe kein Haus. Ich habe auch ein Haus, nur nicht hier. Der kann übelst weit schauen. Anscheinend kann der übelst weit schauen. Ich sehe nur Nebel. Ich sehe, äh... Eine Wand. Ach, da ist ein Haus. Äh, da ist ein Haus! Ich sehe ein Haus! Hey, Leute! Der Letzte, der es bemerkt hat. Wir müssen uns einfach nur mehr aufregen. Dein Käpt'n, das merkt. Ich habe mich nie aufgerückt. Ja, das klappt immer. Aber es ist nur ein Haus. Nee. Das ist aber eine Holzhütte. Was? Das ist ein komplett neues. Was ist der ganze... Oder das ist ein Meer? Ja, das ist eine Laterne. Das ist eine Laterne. Das könnte sogar... Ey, cool! Oh, das könnte nicht deines Durfchen sein. Ja, für eine Stadt würde ich... Ach, den Dicken! Ah, jetzt hätte ich mich doch noch erwischt, würde ich cool. Hinter dir! Hinter dir! Uah! Wow! Zum Glück hast du so'n Eisenhelm auf, ey. Ja, Mann. Oh, es kommt her! Wir werden die ganze Stadt aufräumen. Alter, wie viele das aber immer sind hier. Aua, aua, aua. Ich hätte auch so'n Hammer mitnehmen sollen, ey. Ich hab nur so'n scheiß Messer. Aua! Die sucht ihr mich von der Entfernung, ey. Der Schiss. Ist auch jetzt grad so'n bisschen bei mir? Ja, die werden auch generiert hinter uns, hab ich das Gefühl. Ja. Die tauchen neben uns auf einmal auf. Sieht's ja gar nicht. Da, das Haus ist auch voll. Wir müssen mal ins Haus schießen. Nein, wieso? Scheiße, ich wurde infiziert, ey. Dammit.